Ihr hört jetzt noch nichts, aber das ist ganz gut, es ist sehr laut. Ich muss das bei mir auf den Kopfhörern ein bisschen leiser machen. Sprache lassen wir auf Deutsch, finde ich gut. Steuerung, Reset to Default. Okay, ich hoffe, wir kriegen gleich noch eine Einführung. I hope so. Bousa. Jetzt sieht er schon, guck mal, schau bei uns auf Discord vorbei. Reddits? Expedition Zero. Danke fürs Spielen. Ja, gerne. Chat, war schön. War ein sehr schönes Spiel. Ein Spielvoll. Ja. Okay, das gucken wir uns dann zum Schluss an, ja? Wenn wir es durchgespielt haben. Ey, ich starte mal. Neues Spiel, bitte. Speichername. Huschel. Heute ist der 25. Ne? 25. 25.03. 25.03. Wann war das anstrengend? Was denn? Wer ist die? Oh Gott. Zugang zum Bunker. Okay. Ja. To look around. Ja. Oh, Chat. Ich habe Befürchtung. Haben wir... Antielle. Wie war das nochmal? Wie hieß das nochmal? Bewegungsunschärfe. Epis. Hoch. Mittel. Aus. Geht besser. Wie sieht es im Stream aus? Ja. Achso, das Spiel. Ja, ja. Ja, ja. Okay, ich soll wahrscheinlich hier erstmal hoch. Kann ich rennen? Mit ihnen zu interagieren? Ehe. Ah, okay. Reiz am Standort. Tab, Inventar oder zu schließen? Gott. Mhm. Jetzt ganz gut. Sehr gut. Also, falls irgendwas ist, einfach mal schreien. Wo muss ich denn? Jambes. Wunderschönen guten Abend. Danke für 50 Bits. Auch immer als erstes ausschalten. Ich finde es grausam. So eine Interagieren ist... Ich brauche Strom. Hä? Ich brauche Strom. Ich habe doch jetzt hier so ein Penöppelding. Entschuldigung. Entschuldigung? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss, aber was ist das Ziel? Aber ich habe... Warte. Let me take a look. Um zu springen. Leertaste. Ah. Ah. Mensch. Wo ist immer etwas los? Ja. Ich habe Pause. Zu arbeiten. Brauche Benzin. Kanister. Aufheben. Benzin einfüllen. Oh. Ah. Sollte man bis an ein Minimum kommen? Je nachdem, wie viel Zeit... Ja, alle. Also alle Zeit der Welt. Der Kopfhörer auf. Die Arbeit mitnehmen. Soll ich das Licht hier noch ausmachen, Chef? Ist es so angenehmer oder wollt ihr mit Licht? Okay, ich habe jetzt... Den habe ich angemacht. Aha. Look, we have Strom now. Was? Ja, mach dunkel. Ist besser so, ja? Der Dunkeln ist gut dunkel. Was? Wer hat denn Hey gesagt? Gut, meine Kamera ist im Weg. Moment. Jetzt mach mal Kappamon aus heute. Schauen wir mal auch aus. Und dann, äh, nee. Kann ich mich denn jetzt nicht wegschieben? So. Oben? Nein. So doof. Was ja mein... So besser, oder? Ist das so okay, Chad? Ja, ne? Reise zur Mauer. Okay. Neue Reise. Das möchte ich gern aufheben. Kann ich den irgendwie öffnen? Ausrüsten. Okay. Okay. Hier ist noch ein Buch. Das kann ich... Ich hab Füße, Chad. Das Bett. Respawnpunkt festlegen. Du hast einen unruhigen Schlaf. Ist ja auch kalt draußen. Außerdem habe ich vergessen, die Tür zuzumachen. Schlüsselkarte benötigt. Verschlossen. Schade. Okay. Yes. Hm, hm. Okay, das ist ein Lager. Interagieren. So, wir müssen mal zur Mauer. Okay. Okay. Das sieht so aus, als könnte man da hingehen, Chad. Wunderschönen guten Abend, Roxen. Warum muss ich mich ducken? Warum muss ich mich ducken? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja danke, drei Minuten, ja? Warum? Waffenlicht, nicht ducken, Ergebnis Und wo wird denn geschossen? Ich sehe da nichts Hauptziele, sprich mit dem Händler Wo ist denn hier ein Händler? Habe ich eine Karte? Nö Ja, ist mal Bei Tod Ist Händler, ist Toys? Okay, tolles Game Gibt mir noch eine zweite Chance Ich habe keine Ahnung, wo der Händler ist Wo muss ich denn hin? Hatte keine Taktik im Angebot Nee Ich muss hier lang, oder Chat? Ich muss hier lang Okay Warte mal, bin ich da sicher, wenn ich da jetzt lang gehe? Der kommt nicht so weit hierher, guck mal Ich ducke Ich bin mir nicht wahnsinnig Aha Da stehen Leute drauf, oder? Mano, warum? Wunderschönen guten Abend Teller Wo ist denn der Händler? Kann mir mal bitte jemand verraten, wo der Scheiß-Händler ist? Sind Wachtürme Ja, aber Kann ich die nicht irgendwie ausschalten, oder so? Ich habe nicht aufgepasst Warum passt hier denn nicht auf? Bedenkt, dass der Händler da nicht steht Aber wo soll der denn sonst sein? Ja, zwölfmal bin ich nicht gestorben Kann ich denn hier zurück? Gut, eins, keine fünf Minuten gespielt Ey Aber hier ist doch sonst niemand Hallo? Guter Händler Hier ist eine Alpha-Wand Ich werde nochmal zurückgehen Das fand ich Ich fand es da schöner Also wir haben zwei Wachtürme Da schaut Aber ich fand den Weg, den ich da gegangen bin Gar nicht so verkehrt Kann ich mal rennen? Ich glaube nämlich, dass der ganze Schrambapel da drin ist Oder der ist hier vorne irgendwo I don't know Ich möchte doch nur zum Händler Ich glaube auch nicht Das finde ich auch schon Ich glaube, ja aber wo soll der denn sonst sein das problem ist ich habe keine karte wie ich hier eine ziele spricht mit dem händler ein geheimnisvoller mann hat mich über funk kontaktiert und versprochen mir dabei zu helfen hier rauszukommen ich muss ihn persönlich treffen aber ich muss vorsichtig sein außerdem brauche ich einen schlitten um dorthin zu gelangen ich muss mit dem schlitten zur mauer fahren mit dem mann im radio sprechen ich mich an den koordinaten die ich dir gleich schicke ich weiß dass du raus willst das wollen sie alle könnte das für dich arrangieren aber wir werden das von angesicht zu angesicht besprechen meinen bedingungen und pass auf die lichte auf die tun ziemlich weh kann ich mich hinter dem kurz und hinter der kutze verstecken aber da und dann gefühlt 250 blieb da sind nämlich doch auch das ist doch scheißegal wo ich lang laufe guckt mal so jetzt kommt der nämlich zurück und dann geht der hier so wursch bist du mal gestorben ja da bin ich schon mal gestorben mit die staaten auch schlecht ich guck mal von rechts ob es da vielleicht besser geht schau mal ach ja auch hier es kann einfach durchgehen okay legend gut es kann halt durch bäume gehen auch gut da war doch kein loch in der wand wo war denn dann doch in der wand das ist das ist ein baum hier da ist kein loch ja das stimmt cookie das problem ist das problem ist ich glaube da kann ich nicht lang ne reihe mal der geht jetzt darum ich glaube ich hier dürfte er nicht rein blinzeln da komme ich jetzt laufe ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich möchte nachladen. Nee? Gut, ich hab... Glaube ich. Wenn du den 3D-Drucker verwendest, kannst du nützliche Upgrades und Gegenstände für dich herstellen. Um einen Gegenstand herzustellen, benötigst du Metall, Polymer und elektrische Komponenten nur aus Müll. Und Schrott gewillt... Okay. Ne, Ria, mein Schatz. Nicht bei mir drin. Ich müsste draußen umlaufen. Die Gegenstände nehmen? Nee. Metallkunststoff und Elektro brauchen wir für ne Stirnleuchtemodul. Ich erinnere gleich den Titel. Okay, also kann ich noch nichts machen, aber... Ich brauch ne Brechstange. Kann ich sie aber aufschießen oder so? Moin. Besuchen. Egal. Öffnen. Aha, okay. Okay, okay, okay. Ah, Mensch. Buschel. Was denn? Ii. Was denn? Wichtige Meldung, Warnung an alle Mitarbeiter, das neue Analysegerät, das wir kürzlich erhalten haben, hat eine erhebliche Menge organischer Sporen in der Außenluft nachgewiesen. Na toll. Wie ist das? Was denn? Was muss ich denn lesen? Das zeigen, dass die Sporen sowohl, obwohl sie relativ harmlos sind bei einer Person zu Kurzatmigkeit und Halluziner... Wir nehmen gerade alles auseinander. Ähm, die müsste auf dem Flur sein, Schatz. Stirnleuchte, Panzertape, Handy, Lampe und ab geht's ja, ne? Wo heißt der denn jetzt? Ich hab ihr doch... Ich hab ihm doch schon geantwortet. Ich hab das schon gesagt, bei mir drin ist sie nicht. Äh, die Tests zeigen, dass die Sporen, obwohl sie relativ harmlos sind, bei einer Person zu Kurzatmigkeit und Halluzination führen können. Um Produktivitätsverluste zu minimieren und unnötige Exposition zu begrenzen, werden die folgenden Befehle durchgesetzt. Alle Mitarbeiter der Zugangsebene 0,3 und höher, sowie Besucher müssen im Freien eine BPS-9-Gasmaske tragen. Mitarbeiter unter Zugangsebene 0,3 müssen alle zwei Stunden eine Tablette Rituzin einnehmen, wenn sie sich im Freien aufhalten. Diese Regeln gelten ab sofort. Sie erhalten als alles Notwendige im Lagerhaus. Was ist denn hier passiert? Was ist das eigentlich? Warum liegt hier Stroh? Chat. Ach. Warum liegt hier Stroh? So. Halt, stopp. Wir konnten da oben noch das Radio auseinandernehmen. Schrauben. Ach, wir haben Schrauben gefunden, Chat. Mehr kann ich, glaube ich, hier oben. Hier oben war nicht mehr, ne? Ach, guck mal, ich kann Doppelklick machen. Schaltschrank. Alles auseinandernehmen hier. In der Wittler. Guten Tag. Was kommt da in den Mixer? Kaffeemühle. Jetzt ein Kaffee, ne? Mülleimer. Den nehmen wir auch auseinander komplett. Haben wir hier noch den Kühlschrank hier, ne? So. Okay, passt auf. Nehmen wir jetzt einen Mountcraften. Viel Spaß. Ähm. Ich hoffe, was ist das Lichtsystem? Elektrokomponente, Metall, Polymere, Kunststoffe. Geht aber noch was. Was ist denn eigentlich, wenn ich das jetzt hier zu... Platz für den Gegenstand? Ob du mich verarschen willst? Brauchen... Kunst... Polymere Kunststoffe. Eine Kanne noch. Herzenstände. Noch eine Kanne. Ein Kabel vielleicht? Ach, guck mal. Kann ich... Ne. Fehlt jetzt noch einmal, ähm... Polymere Kunststoffe. Aha. Guck mal. Ich hab mir nicht Stirnlechte gecraftet. Opfhalterung. Stirn hat... Äh, okay. Standardmäßig. Scheiße, ist das hell. Okay, ich hab jetzt... Das hab ich fertig. Ähm... Wenn ich dir die Seuche... Ich muss einen Weg finden, diese Seuche loszuwerden. Dann schaffe ich es vielleicht auch hier raus. Okay, wir müssen Proben sammeln, Chat. Wir machen mal... Ist das immer speichern, wenn ich hier auf Respawn-Dings festlegen? Du hast da einen unruhigen Schlaf. Stehe ich gar nicht mehr rum. Immer ausatmen, Chat, oder? Irgendwann was auseinanderbasteln? So. Ach, guck mal. Ist das, wenn ich meine Kopflampe benutze? Warte. Okay. Dann hängen wir uns noch kurz dran. Wir sind bei 100. Ist egal. Mal vorher damit rumreiten. Haha, hier, Diabolisches. Was ist denn? Achso, und Robbar. Jaja. Ja, ich bin's gewohnt. Ich bin's gewohnt von meinem Chat. Finde Proben. Da hinten. Jetzt habe ich eine Karte? Okay. Ich... Ja. Chat, das ist unsere Karte. Wir sind so... so offnungslos verloren. Ich habe nur fünf Schuss. Ich wollte es erwähnt haben. Batterie. Ja. Heizung. Vielleicht in der linken unteren Ecke. zeigt meine Heizstufe an. Habe ich's hier irgendwo? Es war eine Heizung. Ich komme auf die Couch. Kommt gut. Dann zieht du auch Herzchen. Auf der Karte. Militärlager. Okay. Anomalie hochladen. Yes, that's the sample. I guess the military guys didn't make it. Find me the other ones. Was? Ich muss da ganz kurz meine Ziele angucken, bitte. Ich finde Proben. Ja. Mir ist kalt, Chat. Was ist denn hier? Okay. 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 Ja, ich gehe ja schon. Ich wollte gerade sagen, habe ich mich abgestöpselt? Ja. Ich gehe in die falsche Richtung, wa? Aber es ist scheiße kalt. Ich brauche irgendwo eine Heizung. Ist es eine Heizung hier? Nee. Was mache ich jetzt, wenn ich erfriere? Ist schlecht, oder? Hört mir nicht warm, wenn ich laufe. Erfrieren halt. Ist aber schlecht. Das ist dann Tod Nummer 5. Ich sehe halt nichts. Es wird knapp, Chat. Ich sage, wie es ist. Wir zittern schon. I think. Wenn ich hier drin stehe. Nein, dann hört es nicht auf. Okay, dann nicht. Ja, ich laufe doch. Äh, das ist eine Mama. Nee, nee. Ich sage doch, ich muss erst mal nachladen. Ich habe doch gar keine Position. Ich habe doch gar keine Position. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg. Das ist das Warmes anziehen. Ich konnte mir doch nichts Warmes anziehen. Auf einer Tür geschlafen. Da hält dein Schal das... Ja, ich wollte ja die Tür zumachen. Hallo, ich werde Sterbi machen. Sterbi Nummer 5. Kann ich mit dem Brecheisen... Oh, mit dem kann ich zuschlagen, Chat. Aber ich kann nicht nachladen. Er war doch nachladen, oder? Hier war es doch gerade warm, oder nicht? Hallo? Oh, wie schon warm. Hallo? Was ist denn das Zelt da? Hallo? Erd. Feuer entfachen. Holz hacken. Die Sicht ist sehr cool gemacht. Ich wollte euch natürlich nur zeigen, wie das aussieht, wenn man erfriert. Kann ich... Kann ich den... Oh, still den Resport-Punkt setzen. Jetzt sagt mir nicht, ich sterbe immer wieder und immer wieder. Nee, okay, gut. So, hier waren wir gerade drin. Miami? Was war das? Die... In... Die... 924 D4 Bismuth. Nach der Ankunft vor Ort wurde ein kleiner Erkundungsdruck gebildet, um das Gebiet in der Nähe zu untersuchen. Die Einheit ist nach zwei Stunden zurückgekehrt und hat ein Gegenstand unbekannter Natur mitgebracht. Die Einheit ist auf keine feindlichen Kontakte gestoßen, aber alle Männer haben angegeben, dass sie zu einem Zeitpunkt etwas gesehen haben, das wie eine schattenhafte Gestalt zwischen den Bäumen umherzulaufen schien. Morris Hasen G irr Au 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 Du musst dieses Lied unbedingt kürzen. Steffen, danke für 50 Bits. Wurde sichergestellt und wird in Kürze an die Hauptforschungsabteilung gesendet. Okay, super. Ich brauche warm. Ich muss Feuer entfachen. Wieso kann ich denn die Stühle hier nicht zerhauen? Das geht doch nicht. Ich kann kein Holz hacken, Chad. Wieso kann ich denn kein Holz hacken? Bitte. Wo lag Muni? Wo? Danke, Liebling. Keiner Spoiler. Hau mal rein jetzt da. Das Problem ist, wenn ich kein Holz hacken kann. Wie soll ich es jetzt sagen? Wird es schwierig. Oh, ne Muni, ne Luftschüssel. Ich muss halt Holz hacken, Chad. Aber ich habe keine Axt gefunden. Nix war mit Zitternis. Ey. Da ist ein Holz. Ich habe ein Holz hacken Dings gefunden. Ich habe ein Holz hacken Dings gelötet gefunden. Oh, ich muss einmal durchsuchen. Scht. Wieso kann ich denn den hier nicht mit einer Brechstange einfach auseinander nehmen? Guck mal, das macht mir noch Holz. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Muni und Schrauben. Nice. Da steht Holz hacken. Da steht nicht Holz scheit. Da steht Holz hacken. Ähm. Aber gut. Und Stoffkonditekonditekonditekonditekonde. Mein innerer Monk ist triggert gerade. Ich möchte... Warum ist denn... Ich muss erst mal... Ich muss erst mal... Lustig? Sehr schnell. Schönes Spiel. Super. Tinybit, habt ihr klasse gemacht. Wie lange brennt der Herd jetzt? Halt für ein Freund. Geh mal schlafen. Ist ja nicht so, dass draußen irgendwas rumwuselt. Wisst ihr? Jetzt hat sie kein Feuerzeug. Wie viel habe ich hier... Okay, ich habe jetzt einmal... Okay, wartet. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen... Das geht mir auf den Sack. Das möchte ich hier unten haben. Das brauche ich auch ganz dringend. Dass er wieder aus ist. Hast du Nero jetzt ausgeschmissen, Schatz? Ja? 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 Was ist da draußen noch? Ich höre das. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie meine Ziele sind aktuell. Wartungsgerät. Aber auf welcher Zahl liegt denn das jetzt? Möchte die Seuche. Nicht einen Weg finden. Blablabla. Finde Proben. Okay. Okay. Okay, ich habe mich verlaufen. Wo muss ich hin? Andere Richtung. So später. Ja, mache ich's. Das hast du ruhig hier gerade. Macht mir Angst. Das war doch hier lang, ne? Ja. Ich bin erschöpft. Ich muss langsam laufen. Ja, wir kommen demnächst. So. Das Knistern ist Gott sei Dank weg. Ist der Doody eigentlich mitgekommen gerade? Nee. Okay, das Spiel ist tot. Eigentlich bin ich. Was war das? Steffen, danke für 50 Bits. Ich hole die Brechstrange. So, Schätzchen. Ich lade jetzt erst mal nach. Moment. Egal wie scheiße der Tag ist, wenn Puschel streamt, kann der Abend ja nur gut werden, kleiner als drei. Ich hab getroffen. So ein Ding ist das nämlich. Und Chuchu, vielen, vielen Dank für 21. Holy fucking lange Monate. Dankeschön. Ein neuer Standort, verlassene Farm. Oh. Ah, die Klappe jetzt. Chuchu, vielen, 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 vielen Dank. Es ist mal eben gleich, 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 gleich. Ah, die Klappe. Ich hab's ausgemacht, Chat, ich schwöre. Wärmetauschmodul. Oh, Chat. Bitte sag, dass ich mir das machen kann. Ich will das machen. Nein. Ich bin ein bisschen im Stress gerade. Habe ich hier, habe ich hier, äh, was zum Wärmen? Gut, Schrauben brauchte ich jetzt, glaube ich, nicht, oder? Ja. Ich sterbe gleich schon wieder, Chat. Oh Gott. Was fehlt mir denn? 30 Elektro. Vielleicht den Sensor auseinander nehmen? Okay, da lädt gerade irgendwas. Reicht nicht. Ich werde sterben schon wieder, weil ich kein Ding so habe. Kreissäge durchsuchen. Schnell, Chat. Schneller, schneller, schneller. Schnell, 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 schnell. Mach mich warm. Schneller. Schnell. Warum macht der nichts? Wie funktioniert denn das Ding? Erweitert ist ein Modul für den Anzug, das körperliche Aktivität und specherbare Energie umwandelt. Wir müssen rennen. Rennen müssen wir nicht. Schade. Ich sehe nichts. Puscheliger Einsatz. Hilfe. Ist es warm? Äh, mir ist kalt. Mach mir warm. Batterie. Aufheben. Ja, gut. Hier ist, glaube ich, eine Anomalie. Aber ich sehe nicht viel. Ich habe es aktiviert. Wo schaut Wochenende. Wollah, Krise. Ich loopt mal noch. Hier ist aber nichts. Ich kann nichts machen, Chef. Hm. Okay, das macht mich gerade ein bisschen fertig. Gut, sechs. Ah! Entschuldigen Sie bitte. Mein Spiel hat geleckt. Wieso hänge ich denn an einer Bank fest? Wieso habe ich nur einen Schuss? Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Holzscheit. Mitnehmen. Miniofen. Wieso können wir denn den Miniofen nicht anmachen? Elektromotor. Alle Gegenstände nehmen. Der hat nichts drin. Okay, Notiz lesen. Hallo, mein Name ist Alexej Kovalenko. Ich wurde gebeten, Ihnen über meine Gesundheit, meine Gedanken und mein tägliches Leben zu schreiben. Mir wurde gesagt, dass ich Ihren Namen nicht wissen darf. Also werde ich Sie Doktor nennen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Kürzlich mussten wir alle in getrennte Spezialgebäude umziehen, die nur für uns gebaut wurden. Kinder wurden in ein anderes gebracht, um zu verhindern, dass die Krankheit auf Sie übergeht. Ich verstehe, dass dies aus guten Absichten geschieht, aber ich mache mir immer noch Sorgen um meinen Jungen. Wird es ihm gut gehen, wenn wir mit ihm reden? Eines hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Mir geht es gut, ich esse gut, ich höre und sehe gut. Alles ist in Ordnung. Danke und bis bald. Da ist Munition. Schnell nachlassen. Hier laufen so komische Dudes rum. Wird verkaufen wollen, I-Sync. Notfallstation. Es bräuchte Wärme. Okay, nein. Was bist du für ein Ding? Puzifix! Ob das gut ist, wenn wir das jetzt nehmen, ohne zu wissen, wo ein Open ist? So strange. Ratings I've never seen before. A few more to go. Jetzt müssen wir doch warm werden. Hier sind überall Kerzen. Komm, setz dich in die Kerze! So. Ich fang schon wieder an zu zittern, Chat. Hier ist ein Auto. Akkuladegerät. Ah, ich habe das Dings jetzt nicht mehr, ne? Ach, das ist so doof. Ich kack ab. Ja, ich glaube auch. Das Problem ist, ich verstehe nicht, warum... also... Ich verstehe halt nicht, was das auf sich hat. Ich meine, hier ist doch warm, oder nicht? Holzschall packen wir mal. Okay, packen wir nicht weg. Klickst dich halt zu Tode, ne? Ich sag, wie es ist. Gasmaskenmodul. Filtert gefährliche Stoffe heraus. Nee, das will ich nicht. So. Und jetzt? Für ein Anzug, das körperliche Aktivität in speicherbare Energie umwandelt. Dann machen wir uns die Gasmaske noch. Oh. Okay. Okay, gut, 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 gut. Aber ich verstehe trotzdem noch nicht. Hier ist noch ein Haus, das haben wir noch nicht durchsucht. Mit die Fresse. Ich sehe nichts. Ist kein Haus, das ist einfach nur ein Block. Ernsthaft? Nee, da waren wir schon drin. Okay, wir laufen wieder zurück. Schaffen wir das? Eins in den Chat für ja. Aber ich laufe und es tut sich nichts. Also normalerweise, das ist doch... Halt dich doch mal. Halt die Klappe! Ich springe. Ich springe. Ich springe. Ich springe. Hallo, ich mach doch aber körperliche Aktivität. Hala. Noch zwei. Hala. Ich das Haus jetzt nicht gleich finde mit den... Also das Zelt mit dem... Dings. Also ihr glaubt alle nicht an mich, außer Schambes, ja? Ich werde nur das Zelt finden mit dem ich springe. Ich mach eine körperliche Aktivität. Hala. Geh weg. Ich möchte eine Entschuldigung hören. Und dann? Chat? Was habt ihr zu eurer Verteidigung jetzt zu sagen? Hm? Ich hab's geschafft. Und nichts mehr zu trinken. Herr Puschel! So, wir haben eine Gasmaske und wir haben... Warum liegt hier Stroh? Warum haben sie eine Maske auf? Und wir haben Holzscheit noch. Einen Holzscheit. Kein... Nein. Dann haben wir noch Kunststoff. Entschuldigung. Okay. Ja, es ist akzeptiert. Wobei, Schambes, du hast an mich gedacht. Du hast an... Ne, ich hab mich gedacht. Du hast an mich geglaubt. Oh, meine Lust ist nur so leer, Manu. Wir haben doch aber jetzt eine Probe gefunden, oder? Was? Ich muss noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Ich muss noch sechs Proben finden. Ich würd's ja hier rechts mal irgendwie abgehen, oder so, ne? Was geht, Leute? 234 Meter. 234,8 Meter. So'n Ding ist das. Wir löschen das Feuer. Und wir folgen dem Piepding. Was? Lass mich in Ruhe. Dann leider wieder in die Arbeit. Viel Spaß und eine ruhige Schicht wünsch ich dir, Herzchen. Wie lang? Piep mal! Machen und bereit liegt. Ey! Kann es sein, dass du dumm bist, oder sowas? Ich entferne mich, ne? Hilfe. Nein. Ich bin nur sehr, 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 äh... Lost gerade, tatsächlich. 252 Meter. Da geht's zurück. Wenn ich da lang laufe... Geht's ja nur bis 22. Oh, die Schicht, naja, dann. Aha! Jetzt gleich wieder, ne, du bist schon wieder falsch. Lauf doch mal! And I would walk 500 miles, and I would walk 500 miles. Was passt so locker? 15 Tode. Wie spät haben wir's denn? Aha! Guckt! Wir sind richtig, Chad. Ich hab... Ich hab... Ich habe richtig gelegen. Ja? Auf Anhieb. 10 an zu regnen. Scheiß, ernst. Ist eigentlich ernst. Hallo? Mini-Ofen. Mit nem Mini-Ofen kann man kein... Ich brauche Holzhacken. Wih-Ofen! Neh! Das ist... Das ist... Das ist die... Das ist... Das ist... Lass der... Vielen Dank. Ich bleib hier. Ich find das hier voll schön. Und ihr? Kann man voll schön einrichten. Da so die Streaming-Ecke. Schön mit nem knisternden Feuer im Hintergrund. Die kann man zusammenschieben. Da kann man ein Bett draus basteln. Das ist gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Oh, so spät schon. Kann ich die denn erschießen, diese Viecher, die hier rumwabern? Oder nicht so? Ich soll's hacken. Ein bisschen sortieren hier. Kleine Tasche für... Was? Für... Elektronische Komponenten. Okay. Metall. Ja, so spät. Ab ins Bett. Denio hat gesagt, ich darf ins Bettchen gehen. Kommt mir vor wie ein Holzhochspiel. Jetzt tatsächlich... Du brauchst Holz. Wird das ganz wichtig. Das ist über... Guck mal. Mensch. Also wenn wir jetzt hier noch ein bisschen stehen bleiben, spawnen hier noch ein paar. Hast doch schon eins gekillt. Ne, nicht den. Also nicht so eins. Kann ich hier noch ein bisschen mehr droppen, bitte? Das ist ja dieses, was so... Macht. Müsste ich theoretisch ja mal das hier aufsetzen, oder? Wird gern noch ein Holzscheit mitnehmen, Chat. Wir warten noch, bis ein Holzscheit getroppt ist. Guck mal, da ist so grün. Entschuldigung. Nach 22 Uhr keine Ruhestörung mehr, bitte. Dankeschön. Geht gleich weiter. Ähm. Ich trau mich nicht so raus. Was ist das für ein Vieh? Hallo? Die Ruhestörung. Vielen Dank. Vielleicht hat der Probleme. Ruhe jetzt bitte, ich muss mich konzentrieren. Ich glaube schon wieder in die falsche Richtung, oder? Nee. Ah, Mensch. Das sieht's. Ich sollte vielleicht... Stopp, Spiel stopp. Ich muss meine Stirnleuchte aufsetzen. Ja, voilà, Krise. Das ist wirklich so. Munizierhund, Shed. Und Nero ist jetzt im Plur, Didi ist im Wohnzimmer und Nerea Ankleidzimmer. Der Pusche spielt Katzen und Hunde Mikado hier. Sehr gut, mein Schatz. Nervt mich bitte daran, wenn die Apokalypse startet, dass ich nicht zu Pusche gehe. Hallo? Hallo? Also, mit mir ist man immer sicher in der Apokalypse. Hallo? Elektrische Platine. Das nehmen wir mal komplett auseinander hier, Schätzchen. Also, das geht so nicht. Das ist... Das entspricht leider nicht mehr... Warum sortiert er das denn nicht sofort? I don't understand this thing. I don't... Batterie. Aufheben. Feuerfass. Können wir da warm machen, Shed? Da ist noch Platine. Ein Shopbound geschenkt bekommt mit den Worten, gib mir dein Gold auf all die Seite. Wow. Ist aber lieb. Bei mir steht manchmal immer nur Nimmis und halt die Klappe. Großer Koffer, Chad. Wir haben jetzt einen großen Koffer. Ich raste aus. Elektrische Komponente. Okay. Was haben wir hier noch? Guck mal, hier können wir wieder aufladen. So. Holz. Ein Holzhacken. Wir haben einen Holzhacken. So. Äh... Das können wir bestimmt... Das können wir auseinanderdichtung schrauben. Motor. Das, das. Kein Platz. Verarschen willst. Draußen ist windig, höre ich gerade. Isolationsmodul. Anzugschicht erweitert. Chat. Das brauchen wir. Körper. Was habe ich jetzt noch? Isolationsmodul. Gasmaske. Okay. Nee, das brauchen wir alles nicht. Das haben wir ja schon. So. Jetzt müsste ich ein bisschen dicker eingepackt sein, oder? Ich habe das jetzt falsch verstanden. Schaltstrang. Ein Sensor. Na super. Kann man auch noch auseinandernehmen. Bis dahin. Mal zerlegen. Zack. Zack. Ich würde hier ganz gern speichern. Kann ich mich hier nur irgendwo hinlegen? Das ist der Moment, wenn man einen Shop montiert. Ach, das hatte ich schon. Wie gesagt, bei mir stand immer nur, nimm es und sei ruhig. Herr Puschel, könnten Sie vielleicht mal den Wasserkocher kurz betätigen, damit ich mir gleich einen Tee machen kann. Ich habe keine Angst, Chat. Ich laufe jetzt einfach weiter. Hier ist eine Werkstatt. Scheiß drauf, das Mont ist voll schön. Was hast du denn, welches hast du denn bekommen? Weg. Bitte. Okay, warte. Ausdauer. Spiel stopp. Ich bin kaputt. She don't see us. It's cold outside. Ich poste im Dizier einen Moment. Okay. Ich kann gerade nur nicht raustappen. Hä? Hä? Ein Bett. Ich entferne mich, Chat. Warum? Ich glaube, das heißt, dass ich mich entferne, oder? Also, dass ich zu weit weg bin. Und das ist eine Notfallstation. Easy. Nichts. Oh, ich habe einen Verband gefunden. Okay, was habe ich denn hier? Zwei Holzscheide. Einem Hackblock in mehrere Holzstücke zerteilt werden kann. Okay, check. Aber ich entferne mich. Wir müssen wieder zurück, glaube ich. Wir müssen wieder zur Werkstatt, Chat. Aber... Vielleicht vorhin noch nicht so steinig. Ja. Ging's da gerade noch hoch? I don't know. Was war das? Ah. Okay. Habe ich nicht gesehen. Letzte Aspekte heißt das. Ein goldener Drache. Den habe ich. Der ist cool. Vor allem ist der sehr schön. P-Ping. Was hat ein Transfer? Schrei mich nicht so an. Ich bin sensibel. Bin ich hier rein? Wolltest du interagieren? Aber guckt mal, ich friehe jetzt nicht so schnell. Ja, ja. Hier sind überall Akkuladegeräte. Wisst ihr? Der Strom funkt... Ja. Hä? Ich bin da. Ah. Erstmal die Kanzel durchsuchen. Sie irgendwie bewegen lassen. Es scheint einen Weg nach unten zu geben. Erstmal ein Kabel. Warum ist hier ein Kabel? Was für komische Spielchen tun sie hier? Moin. Ach Gott. Gesundheitspillen. Wollte ich mir Gedanken machen, wenn ich Gesundheitspillen finde? Heizungsmodul. Erd durchsuchen. Hier können wir erstmal wieder ein Feuerchen machen. Jet. Gar kein Problem. Kanne. Rotor. Okay. Wie viel kann man davon stapeln? und den komme ich nicht ran. Ich glaube, das Vieh mag das nicht, wenn ich in die anderen Körper reingehe, kann das sein. Halt die Phrase. Oh Gott. Was ist das? Eine Waschmaschine? Gott. Das ist eine Siemens-Waschmaschine, sehe ich sofort. Also, es muss einen Weg nach unten geben. Irgendwie lässt sie sich bewegen, aber... Da-da-da-da-da, da-da-da-da. Die Bilder hängen alle schief. Ich werde ja die Bilder gerade hängen, ne? Just for the info. Irgendwie lässt sie sich bewegen, aber wie? Kann ich denn hier irgendwie... Ich möchte hier spielen. Das geht nicht, ne? Ich hätte ja gedacht, ich muss das irgendwie so ein bisschen... ...ein bisschen meine Orgel-Orgel-Ghanischen Künste rausholen hier. Ah, guck mal. Hier liegt doch auch noch eins. Muss ich jetzt die Bilder aufhängen? Really? Ist das jetzt the place to be? Da fällt gerade was. Das war wahrscheinlich das Akkuladegerät, oder? Da liegt noch ein Bild auf dem Boden. Och, Mensch. Mensch, was... Nee, ach, freu ich nicht. Ich hab noch... Gut. Einfach. Let her, go up. Okay. Mensch, ich will mal ganz kurz hier hinten gucken. Hier steht noch irgendwas. Hier steht eine Batterie. Ein Schaltschrank. Den müssen wir auch noch gründern. Wie einfach. Genau. Hallo. Heilige Schriften. Das erschreckt mich halt immer so gar nicht. Okay, wir haben eins und drei nicht. Fünf, sechs, sieben fehlt noch. Was haben wir hier? Notfallstation. Ja, nix drin. Ne? War ja... Gleiteranimation. Halt. Erstmal können wir uns jetzt hier wieder mit dem Pro ein bisschen aufwärmen. Nein? Okay, weil der Herd jetzt gerade ausgegangen ist, oder was? Bitte verarschen. Wir haben nur noch zwei Holzscheide. Ah, sie hat Scheide gesagt. Werdet erwachsen. Gegenstand kann nicht zu den Ressourcen unerzelligt werden. Was habe ich jetzt getan? Weiß auch keiner, ne? Ich habe jetzt die Batterie aufgeladen. Warum? Hat durchsuchen. Habe ich den schon durchsucht? Ja, habe ich schon. Toll, jetzt ist das Feuer wieder aus. Na super. Keiner sagt Bescheid. Ähm... Ey, I think... Also ich denke mal, wir werden jetzt nicht zur Kirche, Werkstatt. Wir müssen da hinten zu diesem kleinen Puppelhäuschen. Ähm... Und speichern. Aber es hört sich noch weit weg an. Wo bin ich denn langgegangen? Herrschaftszeiten. Oh. So bewege ich mich eigentlich gerade von alleine wieder zurück. Was ist das für eine Scheiße? Weiß jetzt für eine Scheiße. Okay, ich laufe richtig, ne? Ja. Ja, ich bewege mich schon wieder davon weg. Aber ich muss erstmal dahinteren speichern. Das ist wichtig. Jetzt verstehe ich das Manneken da auch. Okay, gut. Wenn ich volle Ausdauer habe, dann ist es komplett gelb. Und wenn ich renne, dann wird's... Ich laufe richtig. Moin. So. Jetzt machen wir... Ach, guck mal. Holzhacken. Wir haben Holzhacken gefunden. Nochmal Holzhacken. Und ein Bett. Muss ich jetzt nochmal Feuermann-Chat? Nee, ne? Wir haben hier gespeichert, hoffe ich. Das ist aber auch Stucke-Duster hier, ne? Hier nehm ich's natürlich... Natürlich... Nehm ich die mit. Ich kann nachladen. Erzähl, ich bin schon lange nicht mehr gestorben, ne? Ich kann hier ein bisschen Strom sparen, tatsächlich. Weil... Ähm... Ist zu dunkel... Äh, ist zu hell. Hydraulisches Gerät. Verstärker. Keine Tasche. Total. Und... Schaltschein. Großer Koffer. Und Kabels. Ist eh neblig. Und bei Nebel macht man eh die Fern... Äh... Den Fern... Fernscheinwerfer? Nee. Nebelscheinwerfer? Nee. Und ihr wisst, was ich meine. Ich sag das aber nicht zu laut, tutu. Ich... Rechne fest damit, dass ich jetzt in den nächsten 5 Minuten sterben werde. Weil... Ähm... Mir ist kalt. ...habe. Transformator und Elektronik. Bin zu lange schon nicht gestorben, aber ich muss auch mal zurück. Ich muss mich aufwärmen. Ich verstehe dieses Prinzip von diesem einen Modul halt irgendwie noch nicht. Das will irgendwie nicht in meinen Schädel rein. Warum das nicht funktioniert? Vorfall. Moin. Ach Mensch. Ein Holzhacken. Guck. Also durch diese Anzugisolierung frieren wir nicht so schnell. Aber wir frieren trotzdem. Wärmetauschmodul. Erweitertes Upgrade-Modul für den Anzug, das körperliche Aktivität in speicherbare Energie umwandelt. Aktivieren. Aktivieren. Ja, sterben. Ich glaube fast, ich kann keine Striche mehr schreiben, solange schon her... Ist das jetzt aktiviert? Ja, das ist jetzt... Ne. Jetzt ist es aktiviert, oder? Aktivieren plus 0,9. Ich kann den Gegenstand nicht ausrüsten. Aber warum nicht? Ach. Okay. Ne. Ich... Vielleicht. Vielleicht. Er ist halt letztendlich immer noch da, ne? Äh? Usche, lauf! Schneller! Schneller! Es ist hinter dir. Ich glaube, ich habe keine Ausdauer mehr. Hä? Diese Dampfer hier. Schrecklich. Stopp doch mal ein bisschen. Ich steck fest. Ich hing an einem Stuhl fest, Chad. Das ist ja unglaublich. Stuhl. Ja, hm? War das Husten vielleicht auch? Der Idiot! Der ist ja doch... Der ist genau hier. Sind die Fenster so klein. Er baute ein Haus so. Ich wüsste halt zu gerne, ob ich das Vieh mal irgendwie erlegen kann oder so. Ich habe jetzt gerade große Scheiße gebaut, oder? Was ist das? Das war das Vieh, oder? Ich will hau doch mal ab. Ich sehe nichts. Oh! Oh! Oh, 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 oh! Ich entferne mich? Aber warum? Oh, ähm, ich hatte mich gerade festgepackt, Entschuldigung. Da wäre ich fast gestorben. Ich habe gehört, wie Steffen schon den Stift genommen hat. Ich muss dir TikTok schicken. Gott, ich lache mir einen ab hier. Aber hä? Okay. War das der Hirsch gerade? Is it possible? Aber den habe ich ja jetzt verscheucht, oder nicht? Und da guckt. Habe ich den getroffen? Das habe ich, glaube ich, nicht getroffen. War schon vorher kaputt. Ich habe noch sechs Stück. Guck mal. Chat, es geht voran. 277 Meter. Also wir müssen wieder... And I would walk 500... Was sind das hier eigentlich für Schreine ständig? Die Musik fehlt so ein bisschen. So stimmungsvolle Musik oder so, Hanno. Schnell bei der Brücke, weil die ist... Kann ich endlich auch... Ne, kann ich im Laufen... Also im Laufen kann ich... Im Laufen kann ich keinen Verband anlegen. Das wollte ich sagen. Direkt Ohrwurm. Ja. Aber TikTok kannst du mir doch auch über TikTok schicken. Leckwart. Und ich bin noch auf TikTok. Weißt du? Komm ich schon da hin. Ich brauche was zu trinken. Ich muss mir gleich einen Tee holen, Chat. Mein Instink ja alles. Ja, das ist jetzt ganz doof. Ich habe natürlich meine Stirnleuchte nicht an. Hallo. Ich gehe schon. Entschuldigung. Wollte mich stören. I'm so sorry. Ich werde nur mal rausdrücken. Ja, 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 ja. Aber ich habe doch TikTok. Werbskorb. Nein, nicht wirklich. Kann ich irgendwo eine Holzscheide sammeln oder so? Ne. Sie hat schon wieder Scheide gesagt. Ach, nö. Weg. Hau ab. Ich habe jetzt keinen Bock, meine Maske wieder aufzusetzen. Ich muss immer schon beim Einkaufen Maske tragen. Lass es doch jetzt bitte einfach. Wer ist Ette denn da? Wir sind auf dem Friedhof. Ich kann ihn nicht erschießen. Puschel, versuch's doch bitte gar nicht erst. Puschel, versuch's doch bitte gar nicht erst. Ich habe so krass. Ich habe so krass. Mit einer Axt durchtrennen. Chat, ich friere. Halt, Stopp. Jetzt können wir das mal ausprobieren. Also die Batterie hat jetzt gerade so nischt gebracht, ja? Wollte ich mal kurz erwähnt haben. Warte, wer ist da hinten? Da langgehe. Ja, piep mal. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Also ich brauche erstmal eine Axt. Sehe ich das richtig, Chat? Ich muss eine verdammte Axt kraften. Ist kalt. Findet dich nicht. Jenny und so weiter. Schnuckelchen. Und das ist ein Ausrufezeichen. Social chat, da kommt der Linktree. Kann ich hier nicht rein? Ach doch. Bitte, Herrgott. Ja, ha, ach egal. Ich bin nicht unter Pusha-Monster drin. Ich habe sie per DC geschickt. Okay. Ach guck mal, Arkan Kovalenko. Bericht Nummer 13. Ich habe Angst vor dem, was aus mir wird. Vor dem, was möglicherweise von mir übrig bleibt. Angst um meine Frau, die von Tag zu Tag immer gezeichnet aussieht. Aber am meisten habe ich Angst um meinen kleinen Jungen. Vor ein paar Tagen bin ich mitten in der Nacht mit den wahrscheinlich schlimmsten Kopfschmerzen aufgewacht, die ich in meinem ganzen Leben je hatte. Ohren sausen, glimmern vor den Augen. Es war schrecklich. Ich bin ins Badezimmer gegangen und versuchte mir einzureden, dass ich gerade nur gegen das ankämpfe, was an meinem Körper ist. Ich stand vor dem Waschbecken im Badezimmer und spürte, dass ich furchtbar niesen musste. Also nieste ich und als ich meine Augen öffnete, konnte ich auf der rechten Seite nichts mehr sehen. Ich wurde vollkommen panisch. Man blickte sich nach unten und sah es. Mein rechtes Auge lag im Waschbecken. Tja, ich kann nie wieder niesen und ich bin Heuschnupfen-Patientin, Allergikerin und Pollen. Ich kann nie wieder niesen. Es sah aus wie ein gelber Rotzklumpen. Es ist mir aus meinem Schädel geflogen, als ich niesen musste. Kurz darauf wurde ich untersucht und Dr. Redacted hat mir seitdem bei meinen Leiden geholfen. Ich bin ihm wirklich dankbar. Was hat er denn gemacht? Hat er ihm das Auge wieder schick gemacht, oder? Ich bete für den Tag, an dem wir alle frei von dieser Krankheit sein können. Ich bete für die tapferen Ärzte, die Tag und Nacht arbeiten, um uns zu helfen. Und ich bete dafür, dass jeder, der uns das angetan hat, seine gerechte Strafe erhält. Geht das noch weiter? Wir speichern. Wir speichern das jetzt mal schnell, weil ich möchte mir ganz, 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 ganz schnell was zu trinken holen. Ja? Ich mach die Kamera aus, nur. Dann passt hier bitte auf, dass nichts passiert, ja? Ich will mir nur schnell ein Tier machen. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich bin gleich wieder da. 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 Okay. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Oh, 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 oh. Jetzt sehe ich natürlich nichts, ne? Okay, ne, hier laufe ich aus der Karte raus. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Okay, da muss ich hin. Aber ich brauche eine Axt. Jetzt ist nämlich die große Preisfrage. Kann ich mir die craften? Liegt die hier irgendwo rum? Wo sind denn die Winkarme? Da sind die Winkarme. Dann muss die ja irgendwo... Wir gehen mal da hinten lang. Ich will halt in diese Winkefleischarme da nicht reinlaufen. Ich wollte gerade noch sagen, es gab schon lange keinen Jump-Scare mehr. Steffen, danke für 50 Bits. Herrschaftszeiten. Ich kann auch hüpfen. Aber hier ist ne... Okay, hier war ich noch nicht. Das ist immer eben mein... Ich verzehe. Das ist ein Brunnen. Ein Blunnen. Look at this beautiful thing. Liegt schon wieder Stroh. Steht wie ein Platzproblem. Ich müsste vielleicht mal ganz dringend irgendwie noch einen Rucksack finden oder so. Ich kann eine Uhr durchsuchen. Respekt. Respekt. Okay, kann ich wieder Feuer machen? Radio. Schrauben. Kunststoff. Kabel. Kann man die Taschen nicht ineinander packen oder so? Ein Holzhacken. Super. Egal. Da ist nischt drin. Oh. Aber hier ist... Also ich hab jetzt hier nischt gesehen mit irgendwie ner... mit ner Axt oder so. Ach ja, Ihmchen schon wieder, wüsste. Halt die Klappe. Ich bin hier safe drin. Guck, ich hab Jard an. Ich hab grad die Tür zum machen, aber dann muss ich auch nicht reden. Habe ich noch was zu heilen? Ne, zum Heilen hab ich leider nicht mehr. Schade. Doch, Gesundheitspillen hab ich da. Weil wir sind ja noch gut, ähm... gut im Schnitt, würde ich jetzt mal meinen. Oh. Okay. Einen Teebeutel aus einer Tasse kann ich rausnehmen. Geht. War kein Problem. Ich hab jetzt den Tee kleine Sünde genommen. Ich glaub, das ist irgendwas mit Vanille oder so. Im TI hätt's länger gedauert. Und, Chat, wie ist so? Macht euch das Spiel Spaß? Bin halt gerade am Rätsel raten, wie ich... zum... wie zum Geier ich an ne Dings komme. Und mein Motion Sickness kippt so langsam. Kann ich nachladen? Ja, super. Dap, 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 Eis. Eine höfliche, eine höfliche Antwort. Ich find's nicht schlecht, muss ich sagen. Aber... mir kickt gerade das Motion Sickness. Und ich wollte ja vor Jake noch anspielen.